Um den Lautsprecher auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle WLAN-Einstellungen sowie Presets zu löschen, können Sie einen Factory Reset durchführen. Um dies zu tun, drücken und halten Sie beide Tasten auf der Unterseite des Lautsprechers gedrückt, bis dieser einen Ton von sich gibt und alle Preset-Tasten aufleuchten. Bitte achten Sie darauf, während der Lautsprecher nun neu startet, ihn nicht vom Netz zu trennen. Vielen Dank.